Wisst ihr, wann der Zeitpunkt war, als ich mir dachte, ey, ich musste dieses Video eigentlich drehen? Genau, als es plötzlich angefangen hat zu schneien, ich gucke aus dem Fenster, alles voller Schnee, ich gehe raus, minus 5 Grad, mega geil. Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal und tatsächlich zu einem sehr, sehr wichtigen Video. Und zwar, ich habe es gerade schon angeteasert, draußen, also bei mir auf jeden Fall, liegt einfach Schnee. Es ist alles voller Schnee, es ist scheiße kalt, ich kann nicht rausgehen, ohne unter meiner Winterjacke noch eine andere Jacke anzuhaben. Der Winter ist komplett am Start, müssen wir gar nicht überreden und deswegen bin ich jetzt auch am Start. Mit einem Winter Essentials Video, das Ganze habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch schon gemacht, mit Schals, Mützen, Balaclava etc. Da in dem Video aber fast nichts mehr aktuell ist, die Sachen teilweise gar nicht mehr zu kaufen sind, dachte ich mir, machen wir mal ein neues. Ich habe wirklich sehr lange gerecherchiert, habe zu allem Möglichen was gefunden, habe sehr, sehr gute Deals dabei und vertraut mir, nach dem Video fried ihr nicht mehr. Bevor wir starten, lasst sehr gerne noch einen Daumen nach oben da, schreibt gerne einen Kommentar und vor allem, ganz, ganz wichtig, Lasst ein kostenloses Abo da, ihr wisst, 45.000, mein Goal bis zum Ende des Jahres, lasst uns das zusammen voll machen. Genug gelabert, wir legen jetzt los, viel Spaß mit dem Video, let's go! By the way, ich habe die Sachen diesmal nicht nach dem Preis sortiert, ansonsten ist alles wie gewohnt, alle Links in der Beschreibung, ihr kennt das Ganze. Und wir starten mit den Beanies. Als erstes checken wir Weekday ab, die haben nämlich auch tatsächlich mehrere verschiedene Beanies am Start, unter anderem die beiden, hier einmal in Creme, einmal in Schwarz. Hier unten auch zwei ausgefallenere, einen in Lila, einen in so einem Grün-Gelb. Dann gibt es hier so eine Standard-Beanie, die es einmal in Rot gibt und einmal, ja, nice, Schwarz ausverkauft. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde die beiden ja auch ganz interessant, ist vielleicht nicht was für jeden, aber kann auch sehr, sehr cool kommen. Geht noch so ein bisschen über die Ohren. Die kostet zum Beispiel 30 Euro, gibt es einmal in Beige und einmal in so einem ganz normalen, cleanen Schwarz. Und ich denke, das hier ist somit die bekannteste Beanie von Weekday, die Stand-Beanie, kostet 15 Euro, was extrem, extrem cheap ist. Gibt es in Blau, in Grau, in Schwarz und auch in Beige. So sieht zum Beispiel die Beige-Variante aus, die sind halt ein bisschen kürzer, gehen nicht ganz über die Ohren, nicht was für jeden, aber kann man auf jeden Fall auch machen. Als nächstes haben wir Supreme, von denen habe ich auch zwei Beanies, einmal diese braune hier und einmal die pinke. Bisschen extra vaganter, ich glaube, ich habe die in Berlin gekauft, damals im Store und jeweils 38 Euro gezahlt. Gefallen mir sehr gut, trage ich auch relativ oft, die gibt es jetzt 1 zu 1 nicht mehr so, aber Supreme hat gerade neue released. Ihr könnt sehen, wir haben einmal diese vier Rib-Beanies in grün, schwarz, rot, lila, wo einmal Supreme New York draufsteht für 40 Euro. Sind auch tatsächlich alle noch verfügbar, kann man easy alle noch kaufen. Ich muss sagen, ich finde die hier jetzt nicht ganz so fresh, die so über die Ohren gehen, könnt ihr trotzdem abchecken, ist aber jetzt nichts für mich. Dann gibt es hier noch welche mit dem LKW drauf, ist das auch nicht unbedingt meins, dann noch welche mit so Sprüchen drauf, ist auch nicht unbedingt meins, die sind auch nicht so meins mit diesem fetten Supreme vorne drauf. Aber ich muss sagen, die gefallen mir eigentlich ganz gut, wo einmal ganz schlicht Supreme, klein, dezent vorne draufsteht, sehr coole Colorways, braun, blau, rot, schwarz, grau, alles dabei. Kommen auch sehr nah ran an die Beanies, kann man sehr gerne abchecken, kosten auch 40 Euro und ihr seht, Supreme hat auf jeden Fall eine sehr, sehr große Auswahl. Ja, die nächsten Beanies sind leider ausverkauft, aber vielleicht kommen die nochmal irgendwie in den Shop rein. Die Rede ist von den Trend Vision Beanies, die beiden hier, einmal in Creme, einmal in Schwarz, wo einmal TRV vorne draufsteht, kosten 35 Euro, sehr, sehr clean, sind auch angezogen, vom Fit sehr, sehr gut aus. Einziges Problem ist nur, die sind ausverkauft, ihr könnt es sehen und ich habe keine Ahnung, ob die nochmal reinkommen, so ich kann es euch nicht sagen. Aber vielleicht lohnt es sich da mal die Augen offen zu halten, vielleicht kommen die nochmal rein, vielleicht gibt es nochmal einen kleinen Restock, ich weiß es nicht, aber ich wollte sie trotzdem das Video mit reinnehmen. Kommen wir jetzt zu einer meiner Lieblingsbrands, was Beanies betrifft und zwar nämlich zu Arcterix. Ihr könnt sehen, ich habe auch selber zwei Beanies am Start noch aus letztem Jahr, einmal hier diese grüne und einmal diese braun-blaue. Und ich sage euch ehrlich, das Ding hat mich wirklich den ganzen letzten Winter begleitet, die habe ich eigentlich fast jeden Tag angehabt, ein sehr, sehr gutes Ding. Und ihr könnt sehen, Arcterix hat auch eine sehr, sehr große Auswahl an Beanies, viele gefallen mir auch gar nicht, viele sind trash, aber es gibt auch einige, die mir sehr gut gefallen. Ich finde zum Beispiel die hier ganz nice, würde ich selber nicht tragen, aber kommt bei vielen Leuten ganz cool, kostet 40 Euro mit diesem Arcterix Logo oben einmal drauf. Das hier sind die, die ich gerade gezeigt habe, es gibt nur jetzt dieses Jahr neue Colorways, zum Beispiel das Blau hier. Dieses Jahr gibt es hier einen Schwarz, Creme, Pink, Babyblau und Navyblau, nur leider sind eigentlich fast alle ausverkauft. Die Farbe ist die einzige, die gerade noch da ist, aber keine Sorge, tragt euch hier eins, habe ich letztes Jahr auch gemacht, die kommen nämlich immer wieder rein, werden immer wieder gerestockt. Ihr müsst einfach hier draufklicken, eure E-Mail eingeben und wenn die wieder in Stock ist, bekommt ihr sofort eine E-Mail und könnt die dann easy bestellen. Ich finde die hier eigentlich auch ganz nice, aber ist mir, glaube ich, persönlich ein bisschen zu viel. Ich habe die letztes Jahr bestellt gehabt, habe ich nie angehabt und dann irgendwann verkauft. Vorne steht einmal Arcterix und oben ist halt nochmal dieses Logo drauf und ich glaube, beides zusammen ist für mich persönlich einfach ein bisschen zu viel. Trotzdem kann die auch ganz nice kommen, gibt es noch in mehreren Farben, auch in manchen Farben noch verfügbar und könnt ihr sehr gerne abchecken. Also ich glaube, die meisten von euch sollten eigentlich wissen, ich bin jetzt nicht so der größte Stussy-Fan, aber es gibt tatsächlich eine neue Beanie von Stussy, die ich sehr, sehr nice finde. Und zwar nämlich die hier, die Stussy Brushed Out Stock Skullcap Beanie, die gibt es in Schwarz, in Grün und in so einem Creme. Ich finde die schwarze und auch die cremefarbene beide sehr, sehr cool, Problem ist auch nur hier, überall ausverkauft. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, ob ich irgendwelche Stores finde, wo die verfügbar ist, aber die gibt es einfach nirgendwo. Zum Beispiel bei Asphalt Gold gibt es die nur in Stores, das heißt, ihr könnt die nur im Laden kaufen und eben nicht online bestellen. Was Stussy auf der Seite ist, die auch komplett ausverkauft und ich finde hier einfach keine Stores, wo es die gibt. Aber ich wollte euch die trotzdem einfach mal zeigen, damit ihr die auf dem Schirm habt und vielleicht findet ihr die ja irgendwo, weil ich persönlich finde die sehr, sehr krass. Aber keine Sorge, es gibt auch noch ein paar Beanies, die verfügbar sind. Und zwar nämlich unter anderem die Returnity Beanies. Es gibt einmal die schwarze und die blaue mit diesem Returnity Schriftzug vorne drauf. Und die schwarze und die cremefarbene mit diesem Returnity Label vorne drauf, wo auch einmal eben Returnity vorne drauf steht, aber eben mit so einem Label dran gestickt. Ich finde alle sehr cool, sehr cleane Farben, sieht schlicht aus, Preise sind auch vollkommen okay, 49 Euro, geht klar. Kann man gerne abchecken, Link dazu auch in der Beschreibung. Und zu guter Letzt für die Beanies Section haben wir noch Represent, denn die haben auch ganz, ganz viele verschiedene Beanies am Start. Das sind die Represent Beanies, es gibt unter anderem auch eine in Mohair, die ist aber grün, warum auch immer. Hier gibt es so eine mit Schriftzug überall, eine mit Patch vorne drauf. Dann gibt es die drei hier, einmal in schwarz, grau und braun, eine mit Represent Schriftzug all over und nochmal eine mit so einem Patch vorne drauf. Wie man Represent kennt, ein bisschen teurer, die Beanies liegen bei 50 bis 70 Euro, ist finde ich auch noch vollkommen okay. Ist irgendwo noch im Rahmen für eine qualitative Beanie, kann man das gerne mal ausgeben. Aber das wäre es dazu, Represent schließt das Ganze ab und das wäre es mit allen Beanies. Weiter geht es mit Balaclavas, ich weiß, ist vielleicht nicht was für jeden, aber glaub mir, wenn es mal wirklich richtig kalt ist, dann sind die es einfach. Man kann die zwar in Deutschland auch nicht so richtig tragen, ohne drum angeguckt zu werden und das kann ich auch irgendwo verstehen. Aber glaub mir, Balaclavas erledigen ihren Zweck und sehen auch nicht nur auf Instagram-Mildern cool aus. Die ersten Balaclavas, die wir haben, sind von Colors Clothing Company und habe ich mir tatsächlich sogar schon selber bestellt. Die Betonung geht auf bestellt, weil sie sind noch nicht angekommen, aber sie werden wahrscheinlich bald ankommen. Ich finde die sehr, sehr cool, gibt es auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Es gibt halt einmal die Variante, die klassische Balaclava, die aussieht wie eine Socke mit einem Loch drin. Ich habe mir, glaub ich, die Variante hier bestellt, dieses beige-braun, so ausgewaschen, sehr, sehr geil. Und dann gibt es eben noch diese Hoodie-Kapuzen, zähle ich jetzt einfach mal auch zu Balaclavas. Sieht auch, finde ich, sehr, sehr geil aus, so hier beim Model auch sieht es, finde ich, sehr cool aus. Die habe ich mir tatsächlich auch bestellt, ich weiß nicht so ganz, wie es bei mir aussehen wird. Vielleicht sieht es auch komplett arsch aus, keine Ahnung, aber ich fand es an sich eigentlich ganz cool. Und diese Kapuze gibt es eben auch in allen Farben, in denen es auch die Balaclavas gibt. Ihr könnt sehen, es gibt immer die Balaclava in der Farbe und dann noch die Kapuze in der Farbe. Sehr coole Farben und auch eine coole Idee, vor allem mit der Kapuze, kann man gerne mal abchecken. Link dazu auch in der Beschreibung. Die nächsten Balaclavas habe ich tatsächlich auch selber, auch schon seit letztem Winter. Und zwar geht es nämlich um diese beiden hier von Weekday. Einmal diese cremefarbene und einmal die ganz klassische schwarze. Sieht eben aus, wie eben schon gesagt, wie so eine Socke, halt eben mit so einem Schlitz vorne, damit man was gucken kann. Das sind die Jungs, Weekday Bell Balaclava. Kostet 25 Euro, gibt es tatsächlich dieses Jahr noch in einer anderen Farbe, die gab es letztes Jahr nicht. Und zwar in Grau mit einem gelben Saum, so auf Jacquemus angelehnt. Das hier ist eben einmal die schwarze und das hier ist die Beige, die ich euch beide eben gezeigt habe, die ich auch beide selber habe. Kostet 25 Euro, kannst nichts gegen sagen, kann man auch sehr, sehr gerne abchecken. Sind die jetzt nicht unnormal krass, auch von der Optik, wie die aussehen. Halten auf jeden Fall sehr, sehr warm und kann man safe machen. Wie gesagt, ich habe die auch beide und ich finde die eigentlich ganz nice. Meine Jungs von Arcterix haben auch eine Balaclava, beziehungsweise ist eigentlich mehr so eine Sturmhaube, also wirklich eine Sturmhaube. Balaclavas sind ja auch irgendwo Sturmhauben, aber die ist leider auch komplett ausverkauft. Ihr könnt es sehen, nicht so nice, RHO, leichte Sturmhaube aus Wallaisers Ganze, 50 Euro, eben von Arcterix gibt es in zwei verschiedenen Größen. Ist ausverkauft, sieht so angezogen aus, jetzt auch nicht so irgendwie unnormal fresh, aber kann man safe machen. Ihr könnt auch sehr gerne abchecken, ob es die noch auf anderen Seiten gibt, weil nicht alle Produkte gibt es nur bei Arcterix, die gibt es noch auf anderen Webseiten. Ich habe meine Beanies zum Beispiel auch woanders bestellt. Ich habe es auf jeden Fall nicht abgecheckt, hier ist die aber ausverkauft und ihr könnt auch hier das selbe Spiel machen wie bei den Beanies. Einfach hier eintragen mit eurer E-Mail und dann bekommt ihr die Nachricht, wenn die wieder verfügbar ist. Ich habe eben bei der Recherche bei Supreme geschaut wegen Beanies und dann ist mir aufgefallen, die haben auch eigentlich voll die freshen Balaclavas. Und zwar nämlich die hier, es gibt einmal diese Sockenvariante, wo einfach überall Supreme draufsteht, die finde ich jetzt nicht so fresh, also sage ich euch ehrlich, ist jetzt nicht so meins. Wer von euch auf unnormal krankes Branding steht, der wird die wahrscheinlich feiern, könnt ihr auch sehr gerne abchecken, kostet 60 Euro. Ist tatsächlich sogar von New Era, sehe ich gerade und die kann man safe auch irgendwie machen. Ich muss aber sagen, ich finde diese Polartec Zip Balaclavas unnormal fresh. Die schwarze hier, die weiße auch sehr cool, die Lidane ist auch cool, die ist auch cool. Kostet 64 Euro mit einem Reißverschluss vorne, auch sehr, sehr praktisch. Leichtes, dezentes Branding, sehr cooles Ding und kann man safe machen. Kommen wir zur letzten Balaclava und zwar nämlich eine von Jack Mues, die ich auch sogar selber schon mal hatte. Das ist das gute Stück, bei Fabric sogar im Safe für 156 Euro. Ich weiß, sehr, sehr teuer, ich wollte es trotzdem irgendwie mit reinnehmen. Die hatten wir damals bestellt für das allererste Sacralite Shooting. Sehr, sehr wildes Teil, unfassbar kranke Qualität, sehr, sehr komfortabel. Hält extrem warm, wenn es wirklich mal extrem kalt ist, irgendwie, ich weiß nicht, minus 20 Grad oder so. Da kann man die auf jeden Fall pullen, die hält sehr, sehr warm. Sieht auch irgendwie cool aus mit dieser Kappe vorne, aber ist halt eben sehr teuer. Ich wollte es trotzdem mal mit reinnehmen, vielleicht feiert ja jemand und will sich die kaufen. Deswegen ein Video mit drinne, sehr cooles Ding. Und das wäre die letzte Balaclava für dieses Video. Weiter geht es mit Halswärmer, für die, die nicht wissen, was das ist. Das sind einfach diese Tücher, die man aus dem Fußball kennt, die man sich um den Hals macht und dann so hochziehen kann über die Nase und so. Da muss ich sagen, sehr, sehr nice. Trage ich auch sehr oft, feiere ich, ist so die Balaclava für den Alltag. Weil wenn irgendwie dein Gesicht friert, deine Nase friert, kannst du die easy hochziehen und siehst nicht direkt aus wie ein Bankräuber. Das wäre die erste, ganz klassisch, von Nike. Für 20 Euro gibt es in zwei Varianten, einmal die schwarze mit dem weißen Swoosh und einmal diese blau-graue mit dem schwarzen Swoosh unten. Du kannst sie halt eben so tragen, wärmst einfach deinen Hals. Du hast hier schön alles warm, wirst nicht krank. Oder du ziehst sie halt eben hoch, wenn es sehr, sehr kalt ist und hast dann eben hier vorne alles bedeckt und du frierst halt nicht so krass. Den zweiten Halswärmer habe ich sogar selber. Der ist nämlich von Arcterix, ganz, ganz klassik in schwarz. Ganz cleanes Ding, halt eben so ein Teil hier mit dem Logo vorne drauf. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie das aussieht. Man kann ihn halt entweder so tragen, ganz spannend um den Hals oder du ziehst es halt eben hoch und wärmst dann deine Ohren, deine Nase und irgendwie auch deinen Mund. So, ne? So sieht es dann eben aus. Das ist das gute Stück. Arcterix RHO LTV Neck Gator Long. Kostet 45 Euro. Gibt es einmal eben in schwarz. Die Variante, die ich hier gerade habe. Oder eben in so einem grünen, ähnlich wie bei dem Nike Teil. Ich finde aber das schwarze auf jeden Fall deutlich besser. Irgendwann, ich finde das eigentlich auch cool, aber das schwarze kannst du halt eben auf mehrere Outfits tragen und erlegt auf jeden Fall seinen Zweck. Und obwohl ich eigentlich kein Fan von der Brand bin, ist sie tatsächlich sogar jetzt das zweite Mal in diesem Video. Und zwar mit diesem Halswärmer. Ihr könnt es sehen. Black on Black Stussy. Ich muss sagen, da finde ich es sogar sehr, sehr cool. Und ist wahrscheinlich optisch der coolste von allen, die ich bis jetzt gezeigt habe. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich dieses Black on Black Stussy kommt sehr, sehr nice. Es kostet 50 Euro und ist aus Polar Fleece, also eben aus so einem Fleece-Material. Gibt es auf dieser Seite hier. Ich kenne die Seite nicht. Keine Ahnung. War aber sonst, glaube ich, fast überall ausverkauft. Deswegen habe ich es jetzt hier gefunden. Ich sage euch ehrlich, ich bin nicht so der Fan von einem Schal. Also ich trage eigentlich fast nie im Alltag. Ich habe, glaube ich, nicht mal einen Schal. Aber trotzdem ist es irgendwo ein Winter-Essential. Ich wollte es trotzdem irgendwie mit reinnehmen, weil vielleicht gibt es ja einige von euch, die gerne einen Schal tragen. Und deswegen habe ich mir zwei Schals? Heißt das Schale oder Schals? Schals? Schale? Hört sich beides kackern. Auf jeden Fall habe ich mir zwei verschiedene für euch rausgesucht. Und zwar nämlich diesen hier von Represent. Gibt es noch in Schwarz. Ich finde aber irgendwie diesen Beigen ein bisschen geiler. Es gibt auch hier noch diesen Owners Club Scarf, aber der ist irgendwie nicht so meins. Mir ist ein bisschen zu krass fettes Branding. Der ist zwar noch öfter gebrandet, aber hier ist es halt so ein bisschen dezenter, ein bisschen kleiner. Fällt nicht ganz so krass ins Auge. Und der, finde ich, kommt wahrscheinlich ganz cool. Ich kann auch nicht so krass urteilen, weil ich habe den noch nie gesehen. Hier gibt es auch keine Fitbilder oder irgendwas, aber der wird wahrscheinlich ganz nice sein. Und als zweites habe ich noch diesen von Jacques Müs. Digga, ich bin so dumm. Ich sage gerade noch, ich feiere dieses krasse Branding bei Represent nicht so krass. Und jetzt suche ich hier einen raus, wo einmal ganz fett Jacques Müs draufsteht. Euer Lieblings-Youtuber. Aber keine Ahnung, ich finde es hier irgendwie ganz cool, weil hier gibt es auch Fitbilder und da sieht es eigentlich ganz nice aus. Der ist halt relativ groß, also wirklich sehr, sehr groß. Hier gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben, zum Beispiel in Pink. Den gibt es auch in Braun. Und ihr könnt sehen, ganz, ganz viele verschiedene... Oh, Braun ist auch nice. Kostet 170 Euro, eine Stange Geld. Wie gesagt, immer noch nicht so krass was für mich. Ich bin einfach nicht so der Schalträger, ist nicht so meine Wave. Aber für alle von euch, die gerne einen Schall tragen, checkt es sehr, sehr gerne ab, wenn ihr es feiert. Kann man safe machen. Zu guter Letzt, als letztes Essential haben wir Handschuhe und die sind wirklich unnormal wichtig. Bei Realtalks gibt es im Winter nichts Schlimmeres als frierende Füße oder frierende Hände. Die ersten Handschuhe habe ich auch selber, ganz classic. Die guten alten The North Face E-Tip Handschuhe sind so relativ dünne Dinger, die man eben so anziehen kann. Zack. Halten schön warm, sehen relativ gut aus und damit kannst du auch den Handy bedienen, das ist immer ganz, ganz wichtig. Das sind die Jungs, kosten 45 Euro, heißen E-Tip Handschuhe, gibt es auch noch in mehreren Farben sehe ich gerade. Hier ist zum Beispiel so ein Olive, ein Blau, ein Grau. Ja, kann man safe aufmachen. Ich habe eben diese schwarze Variante hier. Also Trust, wenn ihr gute Handschuhe sucht, die ihren Zweck erfüllen, dann checkt die gerne mal ab. Ich habe die jetzt glaube ich schon seit zwei Jahren, benutze die jeden Winter und die sind auf jeden Fall sehr, sehr nice. Als nächstes haben wir Represent und die sind tatsächlich sogar günstiger? Okay, das hätte ich never gedacht, die sind einfach günstiger als die The North Face Handschuhe. Und zwar nämlich die 24-7 Gloves, so sehen die aus, clean und schwarz, kosten 30 Euro. Sehr, sehr preiswert für Represent, muss man echt sagen. Hier auch mit ganz dezenten Branding, sehen clean aus, kann man glaube ich nichts mit falsch machen. Ganz klassisch, clean, schwarz, 30 Euro, ein guter Preis, kann man sehr gerne mal abchecken. Die nächsten Handschuhe habe ich eigentlich auch, aber ich finde die irgendwie nicht. Ich weiß real-talk nicht, wo die sind, ich habe eben alles abgesucht, ich finde die einfach nicht, aber ich habe sie auf jeden Fall. Und zwar nämlich die Trend Vision Handschuhe, die in der glaube ich vorletzten Kollektion rausgekommen sind. Ihr könnt es sehen, die sind ausverkauft, ich wollte es trotzdem mit reinpacken, weil ich finde die wirklich sehr, sehr cool. Sehen eben ein bisschen anders aus, haben so einen leichten Motocross-Vibes durch diese Applikation. Sehr, sehr coole Dinger, kosten 50 Euro, sind aber leider eben ausverkauft. Aber auch da selbe Spiel, vielleicht gibt es irgendwie Resorts, vielleicht kommen die mal irgendwie rein, keine Ahnung. Am besten einfach hier unten mit eurer E-Mail eintragen, zack, zack, dann kommt die Nachricht, wenn die wieder am Start sind. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Dinger. Aber ich würde gerne mal wissen, wo meine sind. Und ich weiß Realtalk nicht, wo ich den getan habe, ich muss auf jeden Fall nach dem Video mal suchen. Und zu guter Letzt haben wir Arcturix, die Brand ist ja auch irgendwie in jeder Kategorie vorhanden. Mit den Venta-Handschuhen, kosten 70 Euro, halten denke ich so am meisten warm von allen, die ich bis jetzt gezeigt habe. Ich sehe auch hier schon sehr, sehr wichtig, dass man das Handy bedienen kann. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ansonsten relativ clean, leichtes Arcturix-Branding, komplett schwarz und sehen auf jeden Fall sehr gut aus. Und sehen auch irgendwie relativ dick aus, also ich glaube, die halten echt am meisten warm. Sind aber auch am teuersten, 70 Euro, echt eine Stange Geld für Handschuhe. Aber wahrscheinlich erfüllen die ihren Zweck sehr, sehr gut. Und das war der letzte Handschuh und auch gleichzeitig das letzte Essential für dieses Video. Das wäre es mit dem Video, ich hoffe, die ganzen Essentials haben euch gefallen. Ich hoffe, ich habe so alles Mögliche irgendwie abgedeckt. Aber eigentlich sollte jeder irgendwas gefunden haben. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Sachen rausgesucht. Wir haben alles dabei gehabt, Beanies und Halswärmer und Handschuhe und alles war dabei. Also ihr solltet auf jeden Fall jetzt ready für den Winter sein, gut gerüstet sein. Checkt die ganzen Sachen ab, checkt die Links in der Beschreibung ab und kauft euch gerne die Sachen, die ihr feiert. Das war's von mir, macht's gut, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen netten Kommentar. Schreibt auch gerne eure Essentials in die Kommentare, vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Ansonsten lasst noch sehr gerne ein kostenloses Abo da. Ihr wisst, Roto45k, das wär's, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao.